Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Contract Wars. Dieses Mal bin ich in der letzten Vorwärme ziemlich schlecht geworden. Hab aber hier in der nächsten Runde gleich mit einem Granatenkarten gefangen und ihn auch bekommen. Und gleich danach sogar noch einen Kill gemacht. Das war schon relativ gut und allgemein ist das Gameplay auch ziemlich gut geworden. Ein Stormkill, das heißt 10 Kills am Stück ohne auch noch einen erstes Mal zu sterben. War jetzt nicht allzu schwer, aber habe ich halt bekommen. Und eigentlich müsste der Anfang ein Pride sein, ist aber komischerweise nicht so. Denn ich glaube der begann ziemlich gut. Wir spielen mit der Waffe DTSRS Mod 2, ja eine Schallgedämpferwürfe. Und fand ich halt auch relativ gut, die Waffe denn sie war ziemlich genau und hat einigermaßen viel Schaden gemacht. Und naja, allgemein war die KD relativ gut, denn ich hatte ein 3er KD oder sowas. Kills weiß ich nicht mehr genau. Und ja, wie Schultag war eigentlich ziemlich gut. Und deswegen viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020